Jo, hallo und willkommen zurück zu South Park. Und ja, wir waren hier letztes Mal hier stehen geblieben. Und wir waren ja hier irgendwie stehen geblieben. Da meldet sich der Husten wieder plötzlich, wenn wir im Hause der Juden sind. Nichts gegen Juden, ich liebe Juden. So, ich hab eine Freundin, die Judin ist, ja? Alles gut, das war keine Beleidigung. Bitte. Okay, ich hab nichts gegen euch. Okay, ja, wir sind hier und haben irgendwie... Wir müssen keinem helfen. Okay, das können wir machen. Ist das dieser Wolkenpalazzo, was sie sagten oder so? Keine Ahnung. Und hier ist ja gar nichts. Wir können hier gar nichts machen irgendwie. Können wir hier irgendwie was... Nee, können wir nicht? Nee, wir können hier nichts machen. Äh, okay, okay, runter. Okay, dann, ähm... Ja, dann gehen wir mal zu... Kyle. Okay, kann losgehen. Wer zur Hölle bist du? Ja. Okay. Dein anderer Sicht, ja? Hm, 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 hm. Oh Gott. Habt ihr irgendwie ein bisschen Jaui hier? Feuchttücher? Ja, das ist, äh... Drogenflash! Wow! Wow! Okay, ich, äh, ich, äh, weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, warte, ich hab hier oben irgendwas blitzern sehen. Gib her! Dankeschön. Was ist das? Stolz von Nippo... Polis. Nippo Polis. Okay, ich, äh, sag nichts dazu. Okay. Ah! Nichts. Ich geh hier nicht aufs Klo. Können wir hier irgendwie etwas machen noch? Keine Ahnung. Hm. Naja, okay. Können wir hier oben die Leiter runterholen? Können wir nicht. Hm. 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 Oh, hey, Kyle. Ich bin wieder da. Wen hast du da mitgebracht? Spielt der auch mit? Also, alternatives Ich. Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Äh, was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum. Wir sind super allerbeste Kumpels. Äh, äh, äh. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Human Kite. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur zwei Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Human Kite. Das sagt er, das geht nicht. Ich bin Human Kite. Ich sag, warum können wir nicht beide Human Kite sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Human Kite sein wollen. Und sieh mal zu ihm, tu was er will. Er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superhelden-Spiel echt wehtut. Los geht's. Du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau. Du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut. Ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Äh, äh. Wen nennst du hier Schwächling, Schwächling? So, okay. Es geht nun. Ich hab dich viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt. Kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Kniesche oder dich dabei. Jetzt! Schnapp ihn dir! Mhm. Liebend gerne doch. Anzeige bitte erscheinen. Hallo? Künder und Kyle, zusammen können wir entstappen. Liebend gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Okay, das macht 24 Damage. Äh, bloß angewidert. 24 Damage hier. Komm. Ah, ich hab mich schon wieder verklickt. Ich lern's auch irgendwie nie. Oh, mein Gott. Meine Mutter. So. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Au. Ich muss mit mich mitspielen. Ist auch eine Möglichkeit. Dein doch nicht albern. Leute, Pause. Mir ist ganz schwindlig. Nein. Nein. Keine Pause. Jetzt geht's erst mal. Hey, Drachen gehen leicht kaputt. Mhm. Du saß mal angewidert. Okay, mein Ehrenlohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Nein. Was? Er hat sich wieder voll geheilt, der Arsch. Hoppla, ich dachte, ich verfehle dich. Das tut weh, Mensch. Ja, Alter. Ich hab eine Nachbestimmung im Teechen, wär gut. Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray. Ja, willst meins haben? Deine Mama. Nee. Was? Er macht sich wirklich so ein Judenschild. Nein. Alter. Okay. Ähm. Was machen wir denn gegen Schild? Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat. Also bin ich jetzt dran. Was? Willst du mich verarschen? Du schummelst. Und wie der schummelst. Ich mach dran, ey. Das war nicht du fest, oder? Ja, ich will niemanden schlimm verletzen. Arsch. Jetzt zeig ich's dir. Ich sag's dir. Ich mach 18 Damage. Ne, ich bleib hier dabei. Mach wenigstens noch ordentlich Damage. Und ich hab mich wieder verklickt. Meine Schulter tut noch weh. Ich hab mich beim Luftballonfangen verletzt. Was? Ich sag das. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Oh Mann. Okay, der Zornbrache ist aus einem anderen Universum. Oh Gott. Oh komm schon, ich hab nicht so viel Leben. Oh oh. Hält, hält, hält. Okay. Ja. 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 Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war einfach das einfachste, was ich geben soll. Oh Gott. Ich glaub, ich hab einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Äh, dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich geh in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den 14 ganz wund. Ich muss unbedingt Salme drauf schmieren. Wie kann ich dir nur danken? Milde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Cool. Danke. Kyle. Was hältst du von Selfie? Komm schon, machen wir ein Selfie, um unseren Sieg zu feiern. Yeah. Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Yeah. Das gibt's auf direkten Lächeln. Warte. So, das wär perfekt. Und lächeln. Komm, lächeln. Lächeln. RB. Juhu. Kyle. Yay. Influencer Level 2. Okay. Ähm. Super. Och, nicht du schon wieder. Nein, Howard. Nein. Nein. Ich kann nicht den ausschalten. Ich brauch deine Hilfe nicht. Okay, wir haben hier genug gelevelt. Ähm. Gemeuchelt, wollte ich grad wieder sagen. Ähm. Gemeuchelt haben wir auch. Ähm. Nein. Wir haben genug gelootet. Was müssen wir denn als nächstes machen? Achso, deine Basis ist fast fertig. Alles klar. Äh. Ja. Was war denn sonst noch auf der Agenda? Ähm. Wir könnten, wir könnten, wir könnten eigentlich, was ist hier, Schnitzeljagd, ja, da müssen wir noch suchen. Ähm. Ähm. Ne, 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 ne. Sonst ist hier nichts, was? Machen wir irgendwie was beim Crafting? Gucken wir uns das doch mal an. Wollen wir mal hier? Ja, okay. Ähm. Korrektobogen? Mhm. Ha, okay. Da können wir nochmal nachgucken. Aber nicht jetzt. So. Ich brauch neue Aufgaben, Jungs. Was soll ich denn tun? Ich hab nichts zu machen. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein riesen Haufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhnversteck. Kuhn, Ende. Geil. Super. Bin schon unterwegs. Okay, fick dich, Mom. Fick. Ach, die Steuerung. Ähm, Mom. So. Alles gut. Und rein mit uns. Was gibt's denn? Ah, da bist du ja wunderbar. Superheld sei eine schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay. Du stellst dich zwar beschissen, aber ich hab Mitleid mit dir. Arschloch. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakt. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Komm, siehst du das? Das ist ein Fidget-Spinner. Das ist ein Fidget-Spinner. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Ach, Mann, also Fidget-Spinner. Okay, Artefakte. Wir hatten tatsächlich vom Dingensen-Ormbi noch welche Artefakte bekommen. Das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Mhm, mhm, mhm. Da, genau das da. Mit 40, da. Ah, wir haben das. Cool. Wir könnten eigentlich direkt... Äh... Was nimmt man hier? Das ist 40 und das ist 40. Das macht 15, 20... Hm, ich glaub, ich nehm die... Ich nehm... Was nehm ich denn? Ich nehm hier die Anal-Alien-Sonde. Ich glaub, die ist deutlich besser. Ich glaub, die kommt vom ersten Teil. Ich glaub, die war mit Season-Pass drin. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superhelden-Abenteuern. Kannst noch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese sechsten... Bin ich lesbisch? Ich mach sie fertig, Arschloch. Selber. Pisser. So, okay, ja. Können wir reden? Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Bin ich die Lebensberatung? Kannst du mir aus der Sonne gehen? Nein. Aha, du bist wieder da und willst mit mir sprechen. Wie läuft's da draußen, Arschloch? Na toll, hier kommt Wunderarsch. Yeah. Yeah. Arschloch. So, okay. Hey, ähm, nein, 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 nein. Ich weiß. Okay, fantastische Neuigkeiten. Das Schnellreisesystem läuft. Zoom. Ach, guck mal, hier. Cool. Super. Im letzten, im ersten Teil, im Start der Weisheit. Wahrheit, Wahrheit, Weisheit, Wahrheit, keine Ahnung, ähm, sorry, ähm, war es tatsächlich Jimmy, der uns herumkutschiert hat. So, guck mal, da ist eine Katze in Not. Kann das sein? Müssen wir eine Katze helfen? Rette die Katze vor den Sechsklässlern. Äh, gibt's wirklich sonst gar nichts zu tun? Oder muss ich erst die Katze retten? Äh, nee, naja, okay, okay. Geradeaus. Solana. Ja, tut mir leid, die Hand ist mal ausgerutscht. Komm, Mizi, Mizi, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, nicht auf den Stein. Die Sechsklässler, die geben nie auf. Wirf doch stattdessen einen Böller. Ja, ich hab mir einen geworfen. Ihr Pisser. So, einer dürfte jetzt angewidert sein. Die zwei brennen. So, Kampf starten. Oh, guck mal. Cool, wir haben jetzt Begleiter. Ist ja cool. Ähm, Anzeige. Zeig uns, was du drauf hast. Ah, Kampfschwierigkeitskrank. Ich wusste, dass es nichts mit der Hautfarbe zu tun hatte. Ich wusste es, ja? Ich wusste es. Okay. Man hätte jetzt auch extra nochmal einstellen können. Ich glaube, im Menü kann man auch nochmal einstellen, welche Schwierigkeitsgrad man spielen will. So, 31 Schaden. Du brennst. Das heißt, theoretisch... Ich hab's schon wieder verkackt. Theoretisch wärst du jetzt... Uh, mit Rückstoß. Nächste Runde tot. Meins. Eww. Das landet auf meinen Schuhen. Das hab ich kaum gesehen. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ey, warum kratzt der nicht ab? Au. Lass dich da von deinem Freund massieren. Hm. Ich hab einen Schwulen in meinem Team. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrochen. Eww. Oh, pfui. Was hat er geschossen? Das ist ja... Ja. Ih, der hat... Alter, der hat auf seinen Kollegen gekotzt. Starterlaubnis. Vollgereiert. Ich find's ja geil. Wir können selbst mit denen hier rumlaufen. Ähm. Ja, was machen wir denn? Wir können ja heilen. Oh, guck mal. Kyle ist ein Heiler. Wir sollten heilen, oder? Wär vielleicht ne gute Idee. Wir sind blockiert, irgendwie. Warte. Hier. Äh. Achso, ich muss drücken. Okay. Ja, das ist der Jetstream. Zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Hm. Nächst Blockkräfte erlauben es ihm Schaden, um zu lenken. Okay, Details ansehen. Blockkräfte werden bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden zu... Aha. Ein Charakter, der blockt... Okay, okay, okay. Ich hab verstanden. Den du Y drückst. Okay. Okay. Äh. Ich muss aber Schaden machen. Und der eine wäre jetzt schon... Down. Ähm. Den erwischen wir denn hier. Wir erwischen mir gar keinen, oder? Äh. Hier oben. Ach, guck mal. Der wäre direkt... Ah, ich hab's doch gar nicht. Egal, der ist down. Leck dich doch am Arsch. Warum bist du nicht down? Und das ist doch gar nichts mehr. Hier, Rückstoß. Komm, bist du alleine. Yo. Oh, wir sind angewidert. Das ist ja awkward. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Woots? Was ist das? Oh nein, nicht die Sache wieder. Ich bin drin? Okay. Okay. Gestrichelte Sachen, das hatten wir schon. Äh. Drachen. Okay. Warte. Äh. Ich muss gucken, dass wir den hier irgendwie erledigen. Ey. Verpiss dich. Hau ab. So. Können wir... Wir können hier nicht hoch, ne? Fuck. Wir sollten, äh, eine Runde aussetzen vielleicht. Obwohl wir hier treffen wir ihn, ne? Hier würden wir ihn treffen. Oh, ich hab's geschafft! Den haben wir die Fresse poliert. Ja! Super! Selbstklässler! Verkloppt. Oh yeah! Oh, fünf weitere. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit! Mhm. High five. Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir vier Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl dich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier haben. Das waren Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Geht klar, Captain. So. Äh, aber das war's erstmal von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich muss die Folge ein bisschen kürzer halten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut! Tschüss! Tschüss!